sind irgendwelche ist ist amerika wieder da nein die pazifischen unterwasser leitungen der telegraphen sind leider immer noch unterbrochen durch dieses unterwasserbeben ich scheine repariert zu sein ja sehr gut guten guten abend werte amerikanischer präsident japan würde gerne den amerikanischen präsident auf die kürzlich zum japanischen kaiserreich hinzugefügten marschallinseln wobei eigentlich nehmen wir lieber ein generalis hat kein neuginea kürzlich zum japanischen kaiser der hinzugefügten insel neuginea einladen eine besprechung es wäre wunderbar und wir haben 26 sagen wir am 1. dezember wieder unser alljähriges vorweihnachtstreffen genau so eine kleine schlämmer kürzlich wieder ein frachter voller cookies und kekse ich meine cookies und cola wäre einfacher seine flugzeuge zu organisieren wenn die luftwaffe schemat davor erstellen würde wo ein minister der nicht langjährig gedient hat das ziemlich schnell finden könnte für mein ungeübtes auge der sich um alles zu kümmern hat als oberster minister sieht marine bomber aus wie marine bomber tatsächlich bin ich da vielleicht nicht zu geeignet manchmal nicht so einfach was sind diese ominösen swordfish bomber es ist kein japanisches modell und viele 4X Marine Bombard Sport Typ hat die volle Kontrolle über Sui-Chan hmmm ich brauche mehr Stahl wo ist Sui-Juan? Italien zieht seine Truppen aus Venezuela zurück oha etwa eine eine offensive geplant ich vermute also die amerikanischen geheimdienste vermuten ganz stark eine offensive bzw eine handlung in europa tatsächlich ja da hätte er aber ein nachsehen und zwar ein sehr großes italienische fabriken sind genauso gut wie die englischen hätte ich jetzt nichts dagegen ich hoffe mal dass es nicht der fall ist kann nur sagen was passiert kann nur sagen was was unsere ja ja die jenzen und die jenischen truppen ziehen sich aus amerika zurück anscheinend da die meisten ja 1 plus 1 zusammenrechnen können ja informationen sind wichtig ja sicher sicher deutschland ich verlieg gleich mal drei armeen an die front richtung spanien italien italien italienische absprachen das ist immer ein bisschen kritisch aber musste das leider mit indokina feststellen dass das italienische wort vielleicht nicht das ist was ein japanisches wort ist vielleicht nicht mehr dann gibt es da tatsächlich länderspezifische regelmässigkeit ja gut wem ist es zu verdenken der große der große weltkrieg mit italien natürlich stark mitgenommen ist es diese bank hallo hallo achse dann was mittelmächte und dann und und weiß nicht ich sehe hoffnungslose angriffe von den briten und meiner an meiner westfront die gefallen die meine verteidigungslinien gut ein paar bunker richtig die miranungen gefallen mir am besten das glaube ich ihnen landung erfolgreich du wo sind sie jetzt wieder gelandet das glaube ich Sollte doch ein ausdrücklicher Buffet gewesen sein. Ach, die Rohstoffe, ne, das ist leid. Wie schauts da mit nem Treffen am 20. Dezember in Rom aus, sehr verehrte Nacht? Ich glaub, damit war der Italiener gerade gemeint. Ja. Äh, ähm, ich, ähm, welches Alter? Ja, 20. Dezember. Dürfte ich zu dem Zeitpunkt auch mit dem deutschen Führer reden. Okay, äh, sehr gerne, ja. Äh, 20. Dezember, ja, ist gewohnt. Ähm, ich möchte dem amerikanischen und dem mexikanischen Oberhäuptern, ähm, möchte diese informieren, dass sich die italienischen Streitkräfte aus Südamerika zurückziehen. Nein, wirklich? Denn wir haben uns mit unseren Kriegsministern, Beratern und anderen Ministern ähm, unterhalten. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass Italien auf dem amerikanischen Kontinent seine Interessen nicht ausbauen möchte, auf keinen Fall. Und sich mit dem großen und mächtigen Bündnis des Treaty of, you know what I mean, ähm, nicht anlegen möchten weiterhin. Und wir deshalb anerkennen, dass die Ländereien den amerikanischen, nordamerikanischen Staaten angehören. Alles, was für Frieden sorgt, finde ich gut. Eine sehr weise Entscheidung vom italienischen Herrscher. Wir schätzen vor allem den mexikanischen Herrscher sehr, der immer uns freundlich begegnete. Und natürlich den amerikanischen Herrscher, den schätzen wir genauso. Wir hatten zwar einige Konflikte, aber ich denke, diese könnten wir in Zukunft irgendwann beiseite legen. Wer war's? Wer war's? Wer war's? Wer war's? Wer war's? Wer war's? Wollen Sie sich? Wer war's? Wer ist wirklich? Ja, ich sehe das Problem, meine Schiffsgruben sind zu klein. Oh, aber hier ist nicht der Angriff möglich. Natürlich ausnutzen. Ich habe vier Neuseeland endlich zu erobern, von hier aus dann hoch, etc., etc., also das ist... Mal schauen, das ist wichtig. Das Stück. Es geht um die Sicherheit Japans. Am 1. Dezember wird mir dann dafür mit den Amerikanern zu schauen, was denn hier möglich ist, was es gibt. Ach, der Russe möchte sich bitte nicht wundern, was das gerade für Anzeigen sind bei ihm in Leningrad, da der... ...Dierländer ein paar wahnwitzige Versuche unternimmt. Ja, schon die ganze Zeit. Die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Ich ziehe wohl an ein junger General seine Sporen verdienen, ne? Scheint so. Na ja, dann auf zur Konferenz. Auf zur Konferenz. Hallo, werter amerikanischer Präsident. Hallo, Herr Prime Minister. Wie sieht es aus? Es sind gerade ein paar kritische Zeiten angebrochen in Europa. Wie Sie vielleicht sehen, die Sowjetunion hat stark gegen den Einmarsch britische Truppen überall zu kämpfen. Und ich glaube, der Zentrale, also Central European Alliance, denkt über einen Einmarsch der Sowjetunion nach. Ja, das befürchte ich auch. Die Frage ist, da Japan ja schon Krieg hat mit England, ob unsere eigentlichen Pläne, also die wir schon vor, ich glaube, zwei Jahren angesprochen haben, vielleicht wir wieder aufleben lassen können in dem Dänemark. Wie war das? Ein Einfall Europas wäre doch geplant gewesen, auch von der Vereinigten Staaten Seite aus. Ja, definitiv. Wir brauchen einen Weg. Also Japan robert langsam Insel um Insel Richtung Afrika, um quasi da auf dem Festland nach oben zu marschieren. Aber das ist relativ langwierig. Ja, wir probieren das mal hier mit Mexiko erstmal, tatsächlich erstmal die Befriedigung der südamerikanischen Kontinenz. Erst da die Italiener sich halt zurückgezogen haben, ist es ein bisschen einfacher geworden. Aber dennoch kein einfacher Kampf, weil das Terrain einfach mörderisch ist. Ja, es läuft sofort. Aber definitiv, ja. Ja, falls Japan, ich weiß nicht, was möchte er in Japan haben? Wie meinen Sie das? Territoriale Gewinne in diese Richtung? Oder wie? Taktisch territorial, was möchte er in Japan haben? Ja, darüber hat sich Japan noch keine Gedanken gemacht. Wichtig ist natürlich eine stabile Versorgung der Truppen. Das ist jetzt zuerst einmal natürlich Forcierung der Marine, damit der Pazifik ausreichend geschützt wird. Das schafft Japan jetzt durch die Überlegenheit der Luftwaffe. Aber Japan forciert momentan Zerstörer, wird dann aber auch in Kürze, es ist gerade an die Weltwaffe angehalten, also den Auffall einer starken, sehr modernen Flotte. Und wie gesagt, wahrscheinlich dann am ehesten über Afrika, sich einen Weg Richtung Europa zu schlagen, über die Alliierten. Würden wir tatsächlich auch machen, aber zuerst, wie gesagt, Südamerika. Und dann auch von Südamerika nach Afrika rüberspringen, an die Westküste. Ja, ist ja, ein Krieg mit England ist immer noch da, oder? Ja, ja, definitiv. Weil theoretisch, sobald Brasilien unterjocht ist, könnte man über die kleinen Inseln Ascension und St. Helena tatsächlich da Stück für Stück Richtung Afrika marschieren. Ja, man wird versuchen, den russischen Fähren ein bisschen unter die Arme zu greifen, aber Japans Militärberater machen, ist Japan momentan sehr, sehr schwierig, da einzugreifen und quasi unterstützen, zur Hilfe zu heilen. Was ist denn mit seiner japanisch-russischen Fährens? Das ist aus politischen Gründen nicht möglich. Aber wie Sie wissen, der Kommandern ist rein kommunistisch, Japan ist faschistisch und die großasiatische Wurzernsphäre... Ich verstehe, ich verstehe. Das ist natürlich ein kleines Problem. Das ist auch in kurzer Zeit nicht zu lösen. Was ist denn mit seiner jetzigen Position? Dementsprechend, naja, also damit... Rosan ist auch schon mit diesen Gedanken, Japan hat diesen Gedanken herangetragen, aber nichts für ungut. Und es ist dann doch so, Japan fühlt sich relativ wohl in seiner jetzigen Position. Quasi, vor allem will Japan nicht in eine Allianz eintreten, wenn dann überhaupt jemand in die Allianz zu Japan eintritt. Weil Japan hat natürlich quasi einige Länder unter seinem Fittichen. Und das asiatische Volk verlässt sich natürlich darauf. Aber Japan sichert den Pazifik. Das bedeutet, Amerika hat nichts zu befürchten von der pazifischen Seite aus. Weil auch alle Inseln, außer natürlich die französischen, da muss man natürlich schauen, sichern. Genauso von Amerikas Seite aus. Also wir hegen keinen Gold gegen das japanische Volk. Ich weiß, wir haben... In keinster Weise. Wir haben in einer vorherigen Sitzung, haben wir besprochen, die Ressourcen hier aufzuteilen im Pazifik. Aber es war leider so eine schwierige Möglichkeit, wie Sie das vielleicht festgestellt haben, hier die Inseln so zu teilen, wie es möglich ist. Aber ich importiere zum Beispiel alle Rohstoffe, die ich brauche aus Amerika. Dementsprechend würde Japan Zivilfabriken zur Verfügung stellen, um Konsumgüter, also um Amerika die Möglichkeit zu geben, zum 50-50-pari-pari, also zum Selbstkostenerlass quasi Gummi aus Japan zu importieren. Das tun wir bereits schon. Ah, sehr gut. Also Japan sponsert zehn Fabriken für Stahl und Amerika sponsert zehn zurück für Gummi. Und dann sind wir quasi wie als hätten diese Ressourcen. Sehr gut. Alles gut. Ich sehe gerade, da wird relativ viel Druck gemacht auf Russland. Ja. Wie gesagt, viele Fronten. Oh ja, in Rumänien wird angegriffen. Oh ja. Russland wird Russland tatsächlich nicht so viel Freie-Mann-Stärke haben. Ja, Russland ist auf umfangreich. Es wird gerade ganz auf Rund angegriffen. Wenn nicht, dass Russland in sich zusammenfällt, dann hätten wir eine Katastrophe. Das stimmt allerdings. Ja, ich glaube, Japan muss ein paar mehr Truppen schicken. Wie tun sie dies? Eigentlich Expeditionstruppen hinschicken. Ah, es wurde eigentlich nichts. Leider nein. Gewollt von Japan, aber es wird nichts helfen. Wenn Russland fällt, das wäre nicht gesund. Freie-Mann-Stärke in Deutschland ist auch noch nicht so hoch auf der Freie-Mann-Stärke. Da hat relativ viel Freie-Mann-Stärke und England ist natürlich... Ich hoffe, dass die Luft da... Ich glaube, in Indien ist genug Bevölkerung, die durchaus zur Wehrpflicht gespungen werden können. Ja, ich glaube auch, aber gut, das sind natürlich interne, die wir uns nicht einmischen sollten. Das ist jetzt natürlich schwierig. Wenn wäre es sowieso schon zu spät. Aber ich werde mal schauen, ob ich eine Kriegserklärung quasi... Vielleicht einen Tipp geben an den russischen Präsidenten. Zehn Tage. Na gut, ich werde Truppen verlegen und dann einmal schauen, ob ich das hier verändern kann. Ja, da kann ich das nicht. Ja. Sonst würde ich sagen, der Russland natürlich auch helfen. Ja, dann hat er natürlich ein starker Krieg dann. Ja, gut, na gut, dann haben wir quasi alles besprochen. Ja, es bleibt halt so... Die Marschrichtung bleibt klar, irgendwann in Europa. Zwischen unseren beiden Ländern absolut keine Feindseligkeiten. Wir haben auch keine Flotte im Pazifik stationiert. Ja, wie gesagt, ist auch nicht nötig. Also, Japan steht immer zu seinem Wort. Ihr habt ein kleines Holiday-Domizil in Australien. Ja, ich hab's gesehen. Und wir teilen uns die Hälfte von Neu-Guinea. Ist okay. Überhalber. Ist gut, ja. Wie gesagt. Also, die haben die Vereinigten Staaten natürlich auch hier den ersten Stoß gemacht. Also, warum sollte das nicht hierbleiben? Ein paar militärische Stützpunkte sind nie schlecht. Zu Japans Unterstützung, wenn es denn gebraucht wird. Ja, wir werden mal gucken, wie sich das entwickeln mit Russland, ne? Ja, wie gesagt, ich werde jetzt 75 Divisionen verlegen. Vielleicht sogar 100 und dann schauen. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Dann schließen wir uns den anderen mal an. Wird interessant. Ah. Wieder zurück. Nein. Hallo, ja. Sind denn die Telegrafenmasten bei dem Amerikaner wieder in Ordnung? Ja. Du hingest zwischendurch. Ah, ja, genau. Wo ich hingehe? Ich war gerade eine Besprechung mit meinem Japanischen Sport. Du hast gehackert. Bitte her. Eine 16-stündige Pause. Ja, ja. Ich weiß nicht, was die Herren von mir wollen. Wo hast du hinterhergehängt? Ja, Jetlag. Achso, äh, Engländer. Wir sind dran. Wie sieht's aus bei Russland? Kann Russland die von halten? Ich hab gerade, äh, aufgrund der allgemeinen, äh, und kann vorrückt die Herrschaft über die Slowakei. Dass das, äh, 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 die Verwaltung der Truppen Chefsache ist. Ähm, ist der russische Zar gerade etwas unpestlich und muss die Verteidigung organisieren, aber die Verteidigung steht soweit. Ja, Japan hat jetzt, äh, äh, ein paar Generäle entsandt, um, äh, den Russen ein bisschen Hilfe zu leisten. Da ich, äh, äh, nicht so schnell eine, äh, eine Unterredung mit dem russischen Präsidenten erschaffen werde, äh, gibt, äh, gibt der amerikanische Intelligence Service dem russischen General weil den heißen Tipp starten zu Corrin, die es übernommen hat, damit die freie Mannstärke etwas höher wird. Ah, das ist natürlich eine, äh, ein, äh, sehr guter Tipp. Wir bedanken uns, ich bedanke mich dafür. Sehr gerne. Ich kann auch nicht verstehen, warum, äh, diese langjährige Front hier, die quasi für Stabilität in Europa gesorgt hat, jetzt auf einmal wieder aufbricht. Ähm, ja, das muss ich Ihnen mal in Ruhe erklären. Der Brite ist schuld. Nein, der Brite ist nicht schuld. Die Unfähigkeit, wann ich an der Rede. Gepaart mit, äh, mit, äh, mit der chaotischen Unübersicht des Oberkommandierenden. Sondern der Brite ist der Kriegshaber, das wollte ich damit sagen. Der Brite ist die Kriegshaber mit der Kraft hinter diesem teuflischen Plan. So ist es. Also es ist, äh, ein koordiniertes Vorgehen, äh, des polnischen und deutschen, äh, Oberbefehlshabers, äh, quasi, dass Russland hier angreift. Ähm, nein, der Deutsche hat damit rein gar nichts zu tun. Aber deutsche Truppen rücken ebenfalls vor. Ja, die Deutschen sind tatsächlich, greifen tatsächlich nicht an. Aber sie sichern in Europa die Gebiete? Nein. Ich halte genau das, was es von Anfang an so war, halte ich. Das stelle ich vor. Okay. Zur Sicherheit hat sich Japan noch einmal informiert, wie das mit den Flaggen aussieht. Weil Japan kennt sich natürlich nicht so gut aus in Europa. Aber es sieht so aus, als würde hier in der Provinz die Polen, Robert hat, äh, jetzt deutsche Truppen in russischen Bunkern. Und sich bewegen. Obwohl die Farben jetzt relativ ähnlich sind, äh, pfff, sieht es doch aus, als wäre es die deutsche Flagge. Die sich hier mit, äh... Wo denn? Meine Herr, wo denn? Äh, diese Bunkeranlage, äh, auf der Seite von Ostpolen. In welchen gerade Polen und das legionäre Rumänien sich, äh, koordin teilen mit, äh, naja, mit deutschen Soldaten. Auf dem Schein.